In diesem Video erfährst du, welchen Vorteil die Transaktionsanalyse bietet, welche Unterscheidung Eric Byrne bei der Kommunikation trifft, welche inneren Grundeinstellungen des Menschen es gibt und was überhaupt das Ziel von Kommunikation ist. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die Transaktionsanalyse nach Eric Byrne. Bei diesem Video handelt es sich um den zweiten Teil zur Transaktionsanalyse. Falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir das zuerst zu tun. Einige Inhalte aus dem ersten Video sind wichtig für die Inhalte aus diesem Video. Ich verlinke dir den ersten Teil oben in der Infokarte. Starten wir jetzt mit dem zweiten Teil. Was ist der Vorteil der Transaktionsanalyse? Durch die Transaktionsanalyse ist es möglich, das Erleben und das Verhalten eines Menschen zu analysieren. So gegebenenfalls besser nachvollziehen zu können und im Idealfall die Kommunikation zu verbessern. So haben wir die Chance, andere Menschen besser zu verstehen, aber lernen auch eine Menge über uns selbst. Im ersten Teil der Videoreihe haben wir erfahren, welche Ich-Zustände es gibt, wie sich diese aufteilen und wodurch sie sich charakterisieren. Jetzt wollen wir uns anschauen, was diese Ich-Zustände für Auswirkungen auf die zwischenmenschliche Kommunikation haben. Nicht nur du selbst befindest dich in einem Ich-Zustand, sondern auch deine Mitmenschen, mit denen du interagierst oder kommunizierst. Eric Byrne unterscheidet die Transaktionen, also die Kommunikation zwischen Menschen, in zwei verschiedenen Formen. Zum einen in die komplementären Transaktionen oder auch stimmige Transaktionen. Bei der komplementären und stimmigen Transaktion befinden sich die Personen im gleichen Ich-Zustand. Der Empfänger erhält eine Botschaft und spricht die gleiche Ich-Ebene des Senders an. In dieser Form kann das Gespräch reibungslos und gelungen verlaufen. Es kommt also zu keinen zwischenmenschlichen Konflikten. Ob die Lösung der Situation dann ideal verläuft, ist aber eine andere Sache. Bist du und deine Freundin bei der Anfertigung der didaktisch-methodischen Planung im Zustand des rebellischen Kind-Ichs, dann werdet ihr die Planung in die Ecke pfeffern und euch über den Unsinn der Planung gemeinsam aufregen. Seid ihr beide im Erwachsenen-Ich, werdet ihr vermutlich konstruktiv und respektvoll an einer Lösung arbeiten. Die zweite Form sind die nicht-komplementären Transaktionen oder auch unstimmige Transaktionen. Bei der nicht-komplementären und unstimmigen Transaktion befinden sich die Personen in unterschiedlichen Ich-Zuständen. Die Kommunikation läuft also möglicherweise aneinander vorbei. Die Chance auf Konflikte ist dabei sehr hoch. Der Empfänger kommuniziert auf einer anderen Ebene als der Sender. Befindest du dich bei der Anfertigung der didaktisch-methodischen Planung beispielsweise im kritischen Eltern-Ich und versuchst kleinlichst die einzelnen Punkte zu bearbeiten, deine Freundin befindet sich aber im Zustand des freien Kind-Ichs und schreibt einfach mal spontan, frei und kreativ drauf los, was ihr in den Sinn kommt, dann hat die sehr hohes Reibungs- und Konfliktpotenzial. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, dass zwischen einzelnen Ich-Zuständen der einzelnen Personen gewechselt wird. Keiner spricht über die eigentlichen Gedanken und Gefühle. Die Kommunikation verläuft chaotisch und die Kommunikation eskaliert. Es kommt zu keiner Lösung. Was sind Grundeinstellungen? Welche Grundeinstellungen gibt es? Und wozu führen diese? Laut Eric Burns' Theorie ist die innere Grundeinstellung ausschlaggebend für die Kommunikation. Die innere Grundeinstellung entwickelt der Mensch im Laufe seines Lebens. Ein grundlegendes Fundament wird dabei in der Kindheit gelegt. Die gesammelten Erfahrungen spielen dabei eine große Rolle. Wie wurde auf unsere Bedürfnisse, Wünsche und Interessen eingegangen? Wurden sie ernst genommen, als unwichtig deklariert oder wurden die Bedürfnisse anderer höher gestellt als die eigenen Bedürfnisse? Aus diesen Erfahrungen resultieren die sogenannten Grundeinstellungen, welche wir uns jetzt genauer anschauen werden. Die erste Grundeinstellung lautet Ich bin nicht okay, du bist okay. Diese Grundeinstellung ist von Unterlegenheit geprägt. Der Mensch fühlt sich schwach und hilflos. Bei Kritik wird schnell aufgegeben und an den eigenen Fähigkeiten in seiner Gesamtheit gezweifelt. Kommt es zur Anerkennung von anderen Personen, dann kann diese nicht angenommen werden. Sie dringt zu dem Menschen nicht durch. Er fühlt sich veräppelt oder aber denkt, dass man ihn anlügt, um nette Worte als Trost zu spenden. Der eigene Wert wird herabgesetzt. Andere Personen werden als wertvoller angesehen. Die zweite Grundeinstellung lautet Ich bin okay, du bist nicht okay. Die zweite Grundeinstellung ist geprägt von Überlegenheit. Diese charakterisiert sich durch das genaue Gegenteil gegenüber der ersten Grundeinstellung. Der Mensch hält sich für etwas Wertvolleres und Kompetenteres als seine Mitmenschen. Er fühlt sich überlegen. Kritisches und konstruktives Feedback wird abgelehnt. Wenn jemand etwas falsch macht, dann ja wohl die anderen. Es kommt zu keinen gemeinsamen und konstruktiven Problemlösungen. Die Kommunikation und Handlungen verlaufen häufig herabwürdigend und mit wenig Wertschätzung. Die dritte Grundeinstellung lautet Ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Die dritte Grundeinstellung ist geprägt von Resignation. Bei dieser Grundeinstellung werden Gegebenheiten als sinn- und wertlos betrachtet. Die Selbstwirksamkeitserfahrungen sind nahezu bei Null. Das eigene Handeln hat sowieso keinen Zweck. Dadurch wird keine eigene Initiative gezeigt. Warum auch, wenn man fest davon überzeugt ist, dass es sowieso keinen Sinn hat. Es besteht auch kein Veränderungswille. Die Spirale des negativen Denkens wird immer wieder aufrechterhalten. Dadurch, dass es sowieso sinn- und wertlos ist. Ganz typische Sätze und Gedanken sind zum Beispiel Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Mir kann sowieso niemand helfen. Das ist alles sinnlos. Die vierte Grundeinstellung lautet Ich bin okay, du bist okay. Die vierte Grundeinstellung ist geprägt von Partnerschaft. Ganz ausschlaggebend ist bei dieser Grundeinstellung, dass es überhaupt nicht zu vergleichen und Bewertungen kommt. Die Menschen müssen nicht in okay und nicht okay eingruppiert werden. Es gibt kein Oben und es gibt kein Unten. Mit dieser Grundeinstellung ist eine Begegnung und Kommunikation auf Augenhöhe möglich. Es herrscht eine Offenheit. Es wird nicht manipuliert und Diversität wird als Normalität hingenommen. Die Person glaubt an die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen, aber auch an die Fähigkeiten und Kompetenzen der anderen Personen. Es kommt zu einer konstruktiven Haltung, Problemen und Herausforderungen gegenüber. Das Ziel der Kommunikation und der zwischenmenschlichen Begegnung ist es, die vierte Grundeinstellung zu erreichen. Diese ermöglicht eine konstruktive, stimmige und wertschätzende Kommunikation und Begegnung. Was ist deine Meinung zur Transaktionsanalyse? Konntest du durch dieses Video etwas lernen? Dann gebe doch gerne einen Daumen nach oben. Oder hat dir etwas gefehlt? Hast du Ergänzungen zu dem Thema? Dann schreibe gerne einen Kommentar. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal